ja ich bin ja aber auch jetzt ich muss ja auch zugeben also wenn ich jetzt mal sterbe bitte rastet mich aus ich kann zwar zu meiner verteidigung sagen ich war schlechter oh nein ich war der letzte ich bin ja jetzt auch nicht so gut im ford mal glotzenberg also ich muss vorweg sagen ja ich bin spielen solche arten nicht gerade das größte talent auf erden ja Oh! Man! Ich würde das Gefühl... Ich würde mal kurz einen Abstecher machen. Er schießt mich auf 5 HP runter. Und dann... Gehe ich ihm her. Okay. Nehmen wir gleich wieder die S-Bahn zurück. Zack. Guck mal da oben ist doch gleich einer. Guck mal, wir können mal helfen. Zack! Hehehehe. Lecker, lecker. Und wo denn? Schätzchen, warte Bescheid. Ich ruck dich an. Boah, ich hab den gekillt, Alter. Oh, Alter. Wie ich abgeh! Was ist hier los, Alter? Was ist hier los, Alter? Was ist hier los? Was ist hier los, Alter? Oh! Niemals! Öh. Häh. Äh, heh, heh. Nicht mit mir, Freundchen! Äh, heh, heh. Oh, wie süß! Oh mein Gott, Hamiris. Lol, was macht er denn da hinten? wie er sich dreht. Ach, er leuchtet mit. Wie cute ist das denn. Wie er da drin hockt. Wie cool. Ist der süß. Wie er auch mitspringt. Ist das geil. Wie taufen wir den? Falls ihr Vorschläge habt für den Namen von diesem Hamster, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder wir machen so, ich denke mir zwei Namen aus. Ich denke mir zwei Namen aus. Und ich mache so eine Infokarte. Also so eine Abstimmung. Guck mal, wie hat er auf meiner Schule aus. Und in der Abstimmung können wir also oben rechts mit die dann jetzt eingeblendet, ja. Und ja, dann können wir euch mal entscheiden. Triefen wir uns zwei Namen. Wie viel, ey. Fick dich. Nachladen, ja. So was meine ich, Freunde. Genau so was. Oh. Wie kacke. Hallo. Das ist halt immer scheiße, wenn man einen Schuss versammelt hat, dann muss man halt echt hoffen. Muss man echt hoffen. Oh ja, geil. Komm, nächster. Was? Ja. Zack. Drausen. Schnauze. Neues Opfer für mich. Beams. Danke, Bruder, für die Zusammenarbeit. So gut. Dann, mit dieser schönen Musik, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Checkt mich auf Instagram ab, ne. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Checkt die Jungs von Zockernation ab, ja. Sind Freunde von mir. Die machen auch ganz coole Videos. Die spielen meistens immer Rainbow Six Siege und so. Und Landwirtschaftssimulator könnt ihr auch mal abchecken. Packe ich euch Link von Instagram und von Kanal in die Infobox und na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ansonsten, macht es gut, haut rein und tschüss.